Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf dem OnePlus One eine Bildschirmaufnahme machen könnt. Viel Spaß! Eine Bildschirmaufnahme zu kreieren, ist wohl auf keinem Gerät so einfach wie auf dem OnePlus One. Als erstes sucht ihr in eurem App-Draw das Icon mit dem Namen Bildschirmaufnahme. Wenn ihr dieses gefunden habt, klickt ihr drauf und es öffnet sich ein Fenster. Hier können wir die Bildschirmaufnahme starten. Während der Aufnahme können wir im Benachrichtigungszentrum einstellen, ob die Berührungen angezeigt werden sollen. Wenn wir die Bildschirmaufnahme stoppen wollen, können wir das dort ebenfalls eingeben. Nachdem die Bildschirmaufnahme aufgenommen wurde, können wir sie gleich in der Galerie ansehen. Viel Spaß beim Ausprobieren!